Moin Jungs, 80s back und willkommen zur 1456. Folge meines Mannschaften Nostalgie Let's Plays. Wir haben gestern spontan hier diese Inselzunge geplättet. Frag mich nicht wieso. Aber wir machen das jetzt heute einfach weiter mit. Weil erstens, finde ich die Idee gut. Und zweitens, macht das Spaß. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch tief ins Wasser damit gehen, weil das ist was, das müssen wir eigentlich da hinten auch noch machen. Nicht wundern mit den Raketen, hier war gerade Nacht und ich habe ein paar Creeper gekillt und dann hatte ich Bone Mehl. Und ja, falls ihr gestern nicht zugeguckt habt, fragt ihr euch eventuell, warum reise ich das hier ab? Weil ich nicht in nächster Zukunft, aber vielleicht irgendwann mal gerne eine Ölplattform Stadt bauen möchte. Hier ins Wasser irgendwo. Und dafür brauche ich mehr Platz zum Ufer. Und dafür mache ich das Ufer gerade weg. So, es macht keinen Sinn, weil ich nicht weiß, ansatzweise, wann wir jemals dieses Projekt starten sollten oder werden. Ich will nicht sagen, dass wir es nie starten werden, weil das will ich nicht ausschließen. Ich gehe schon davon aus, dass ich das früher oder später mal bauen möchte, weil ich die Idee halt auch echt nice finde. Wir haben nur halt einfach, wie ihr wisst, schon sehr viele Projekte offen. Und da weiß ich nicht, ob es so clever ist. Kann ich das eigentlich auch so machen? Ja, kann ich. Da weiß ich nicht, ob es so clever ist, jetzt hier noch ein Projekt zu starten, was ja auch wieder einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. Mal ganz kurz bezüglich des Lagerbaustreams. Ich habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt die letzten paar Tage nicht da so wirklich viel dran gedacht. Ich weiß, dass wir den machen wollen. Ich habe den im Hinterkopf, keine Sorge. Wir machen den auch. Im Moment ist es nur einfach ein bisschen stressig, weil jetzt die Woche kommt halt auch das neue Hauptvideo. Da würde ich auch eigentlich gerne das neue Hauptvideo halt so für sich stehen lassen. Vielleicht kann man es aber halt irgendwie nutzen, dass man so den, man könnte den Stream machen und danach quasi die Premiere von dem Video irgendwie so. Oder halt andersrum. Man macht erst die Premiere von dem Video. Okay, so treffe ich hier. Gar nichts. Man macht erst die Premiere von dem Video und danach treffen wir uns im Stream oder so. Aber dann wäre es halt eher abends. Das wäre ja jetzt nicht das, was ihr euch am liebsten gewünscht habt. Das Problem ist mehr, ich weiß nicht so recht wann. Weil heute und morgen kann ich nicht. Äh, äh, gestern und heute kann ich nicht. Morgen kann ich sehr wahrscheinlich aber auch nicht. Und Donnerstag kann ich sehr wahrscheinlich auch nicht. So, dann haben wir noch Freitag und das Wochenende. So. Naja, das ist nicht optimal. Deswegen muss ich mal gucken, ob es nicht dann eher die Woche danach wird. Wie gesagt, ich weiß es einfach noch nicht. Ähm, im Moment ist es ein bisschen Stressmess. Selbstverschuldet, aber Stressmess. Vielleicht kann ich euch davon irgendwann mal erzählen. Im Moment weiß ich noch nicht. Äh, ja. Ich will jetzt auch nicht geheimnisvoll klingen. Das hasse ich selber immer, weil ich mir immer so denke, sag es doch einfach. Aber, ja. Wie auch immer. Deswegen ist es halt auch kein guter Zeitpunkt, hier jetzt bei Nostalgie einfach ein neues Megaprojekt anzufangen. Auch wenn ich schon echt Bock drauf hätte, muss ich halt wirklich sagen. Also die Idee, die finde ich halt richtig nice. Weil ich halt auch glaube, dass das echt cool aussehen könnte. Und ich habe in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen Just Cause 3 gespielt. Da merkt ihr, wie langweilig mir teilweise ist. Ähm. Es ist halt einfach, aber auch wirklich immer noch ein sickes Game so. Von 2017 glaube ich. Oder noch älter, ich weiß gar nicht. 10? Egal. Wie auch immer. Irgendwann so da, die Ecke. Ähm. Und da gibt es halt auch so Bohrinseln, die du befreien kannst. Oder musst. Und ich weiß nicht, ich finde Bohrinseln irgendwie cool. Auch wenn ich so, denk mal an den Anfang von Cars 2. Da sind die auch auf einer Bohrinsel. Das finde ich gefühlt den besten Part von dem ganzen Film. Ich bin halt auch ein sehr großer Finn-McMissile-Fan. Ähm. Deswegen das passt schon irgendwie. Da könnte man vielleicht dann noch irgendwie so die ein oder andere kleine Anspielung dran machen. Sowohl an Rico aus Just Cause und natürlich an Finn-McMissile und Hook. Nicht die Hook-Koburg, aber Hook. Ihr wisst Bescheid. So. Ich hatte ursprünglich nicht gedacht, dass wir hier so viel Materialien jetzt natürlich wegreißen. Weil ich einfach gar nicht gedacht habe, dass wir es jetzt überhaupt machen. Aber Gute ist ja, dass wir diese Schalker-Chests zwar haben, aber sie ja nicht einfach damit volllassen müssen mit den Materialien. Wir können sie ja auch ausräumen. Das machen wir jetzt. Ich weiß, das ist überkrass. Das habt ihr noch nie gesehen, dass das jemand macht. Ihr habt aber wahrscheinlich wirklich noch nie gesehen, dass ich sowas mache. Weil ich da doch eher einer der ungeordneteren Kollegen bin. Hier machen wir jetzt eine neue Sandkiste. Wundervoll. Wundervoll. Bam. Mehr Sand. Das finde ich ist auch so ein cooles Feature, dass man so schnell einfach alles rüber schaffen kann. Packen wir das hier rein. Den einen Gravel. Scheiß auf den. Nehmen wir das noch mit. Das noch mit. So. Bam, bam. Bam, bam. Wundervoll. Guck mal. Und dann haben wir hier schon wieder Platz. Und dann, ich tue so, als wäre das jetzt die Weltneuheit von allen Weltneuheiten. Ich habe eine Schalkerchest geleert und in Kisten verräumt. Wow. Innovation. Seine Urgroßmutter. Aber gut. Guck mal. Jetzt sind wir schon mal zumindest ebenerdig mit dem, oder eben, eben wässrig mit dem Meeresspiegel. jetzt ist er noch die Frage. Wir haben nämlich folgendes Problem. Warte mal kurz. Ich habe etwas installiert. Ihr seht es hier. Ich habe es nur noch nicht eingerichtet, weil ich gerade wirklich, ich habe eigentlich schon gestartet, Minecraft, und dann ist mir eingefallen, warte mal, ich muss hier noch mal kurz, äh, jetzt ist der auf R, keine Ahnung, egal. Ich muss das nämlich hier einmal noch schnell einstellen. Toggle Freecam ist bei mir immer F10. Äh, ja, das passt. Also. Wenn wir hier vorne mal gucken, haben wir ja auch was weggerissen. Hier, streng genommen, ging unser, äh, Landstück noch einen Ticken weiter. Es ging nicht, ich meine, es ging nicht komplett rüber, aber es ging hier noch so hin und war dann hier so ganz dünn geteilt, meine ich. Vielleicht war es sogar tatsächlich noch dran, dann wäre hier dieser Teil auch noch unser, aber den will ich echt nicht haben, auch wenn das hier eine extrem coole Form hat, weil guck mal, das ist fast perfekt symmetrisch. Sieht aus wie so ein, so ein, sieht aus wie ein Flieger. Keine Ahnung. Egal, wie auch immer. Ne, hier haben wir halt was weggerissen und ihr seht ja, es ist einfach einen Block tiefer und überall und nicht schön gemacht und gar nichts und hier wird niemals ein Schiff durchpassen, vor allem nicht das und hier müssen wir eigentlich halt auch nochmal ran. Wir müssten dann streng genommen sagen, dass wir hier diese Steine vielleicht oder diese Steindinger weiter nach unten führen und dann mal mindestens noch vier, fünf Blöcke überall nach unten gehen und das dann hier so abrunden, dass das wieder eine richtige Küste, ein richtiges Ufer ist und hier haben wir halt das Problem, dass wir das auch müssten und das richtige Problem ist, ihr seht ja schon, ich würde es dann halt hier gern so lang ziehen, möglichst nah am richtigen Ufer, also in dem Teil, aber heißt auch, dass der ganze Teil hier komplett weg muss, also hier das Ganze, wo ich jetzt drüber laufe, aber das hat natürlich ja auch alles noch hier unten im Wasser, noch ein paar Blöcke mehr und das wird glaube ich nicht so spaßig, das alles wegzureißen. Dann können wir gehen mal hier pennen. Hier waren wir glaube ich in den 1450 Folgen insgesamt wahrscheinlich keine fünfmal pennen. Ich wusste nicht mal, dass hier das Bett ist, da seht ihr es. Das ist der lebende Beweis. So, Schluck getrunken. Nebenbei, Yoshi hatte noch mich dran erinnert, dass ich hier die Trapdoors noch waxen muss. Ne, warte. Da, die neuen. Habt ihr immer noch nicht gesehen, ich weiß, aber hier die. Hier die Dinger, die habe ich jetzt gerade noch eben schnell zwischen den Folgen gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht in der Folge gemacht habe, ich habe es aber auf jeden Fall gemacht. Heißt, da passiert uns dann auch nichts mehr. Wäre es clever, jetzt mal nur rein vom Ding her, wäre es clever zu sagen, wir nehmen TNT. wäre das eine Idee. Ich weiß nicht, ob wir, oh Gott sei Dank, ist zwar super wenig, aber ich kann mich ja hier AFK mal wieder hinstellen, muss ich eh mal wieder, weil wir haben 14 Raketen. Halt wirklich nur 14 Raketen. Und wir haben ja jetzt ganz viel Sand. Ne, das ist ja auch, das ist ja wie gemacht dafür, dass wir mal ein bisschen sprengen. Und ich glaube, das haben wir so wirklich auch noch nie gemacht in Nostalgie. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube nicht. Haben wir hier noch ein Schild? Ne, ne? Schade. Gib mir mal so ein paar Stackies. So. Dann lass mich mal eben hier ein paar Kisten abchecken, wo wir eventuell TNT sogar fertig drin haben, weil ich weiß, wir haben das manchmal mitgenommen aus Pyramiden oder so. Oder ich weiß nicht, nicht, ob man es auch mal in Kisten finden kann. Aber, wie dem auch sei, ich glaube, wir haben irgendwas davon. Und während ich das suche, kann ich noch das nächste Thema ansprechen. Und zwar, hat Justus eine Inspirationsquelle, sage ich mal, vorgeschlagen? Oder hat gesagt, sowas wie, hh, 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 fände er ganz nice. Und zwar, ein Kevin-Kostner-Film namens Waterworld. Problem an der Sache, ist, ich kenne den nicht. 2 TNT, perfekt. Das wird eine 4 TNT, das wird eine Mega-Explosion. Also, ich habe es gerade gegoogelt und ich habe halt nicht wirklich was gefunden an Bildern. Ich habe gesehen, dass das halt Wasser ist. Überraschung bei dem Titel Waterworld. Wer hätte das kommen sehen? Aber, ja, das war es dann auch. und ich habe sowas halt im Hintergrund davon. So, also, da war ein Bild von dem Typ und Kevin-Kostner und dann war da Wasser und ganz im Hintergrund war was, was vielleicht so eine Bohrinsel sein könnte, was der ähnelt. Hier ist noch Sand. Und dann habe ich extra nochmal mit Bohrinsel gesucht oder Eul-Plattform und so weiter. Aber, nö. Da war nichts. Und, äh, ja, ist natürlich doof. Weil das wahrscheinlich eine sehr gute Inspirationsquelle wäre, ohne den Film gucken zu müssen. Weil ich nicht weiß, ob das was für mich wäre und blablabla. Auf jeden Fall. Vom Ding her würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Vom Ding her so ungefähr so eine umfunktionierte, etwas runtergekommen, und zusammengeschusterte zu Öl-Plattformen, die jetzt quasi ein kleines Dörfchen ist. Und, was Justus auch noch angesprochen hat, ist ein Problem mit den Villagern, dass die Idioten natürlich, äh, immer, egal wie sehr du dich ins Zeug legst, egal wie sehr du dich bemühst, irgendwie finden die kleinen Scheißkerle immer einen Weg, da dann runter zu springen und ins Wasser zu fallen und wahrscheinlich auch vorher noch oder spätestens dann irgendwie elendig zu verrecken, sodass du nach zwei Wochen kein einzigen mehr davon überall ist. Und, da müssen wir dann halt eine Lösung finden, ne? Entweder müssen wir es, oh, 16, geil. Entweder müssen wir es so gut zubauen, dass die nirgendwo runterfallen können, was natürlich scheiße ist, weil, das sieht dann dementsprechend natürlich auch blöd aus oder nicht so geil aus, wie es aussehen könnte, wenn man sich da nicht dran halten muss. Oder, wenn wir machen es so, das hatten wir ja auch. Okay, komm, ich labere eh wieder rum und dann mache ich es nicht. Ich hatte es ja auch schon hier vor, bei der Stadt hier, dass wir es so machen, dass wir dann halt die Villager in die Häuser tun, dass wir dann da auch dann wirklich mal ein Handelsdistrikt haben. Ist ja nicht die Handelsföderation, aber das ist auch besser so. Auf jeden Fall. Pass auf. Platziert die einfach über dir. Geil. Okay. Ja. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Idee, die da hinzutun, gut ist, aber wir müssen halt echt gucken, wie wir das machen mit der Umsetzung. Weil, ja, ich habe auch keinen Bock, dass die mir nach zwei Tagen flöten gehen. Jetzt habe ich alles dabei, außer eine scheiß Werkbank. Das ist auch wieder typisch, ne? So, das wird hier keiner sehen. Ihr sagt auch bitte keinem, dass wir das jetzt so machen. Ich werde tatsächlich die Werkbank hier einfach wieder drunter stellen. So. T, T, Wow. Richtig viel. 26 Wetten, das bringt jetzt hier absolut gar nichts. Wetten. Also, ich muss es ja verteilen. Wie weit kann man so maximal auseinander? 4, 3, 4. Ja, doch, 4 würde ich schon sagen. 3, 4, hier noch einen hin. Okay. Und dann machen wir 4. hier. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier. Hier. So vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, man. Ich mache nie was mit TNT. Oder ich habe seit Jahren nichts mit TNT gemacht. Früher war das halt so, als Kind war das witzig. Ich kann was hochjagen. Oder du hast mal den einen Kumpel im Freundeskreis, der sich halt immer früher oder später deine Welt vorgenommen hat. ein bisschen mit TNT in seinen Augen verschönert hat. In den meisten anderen Augen nicht so ganz. Äh, ja. Aber seitdem halt auch wirklich nichts. Nichts mehr, damit es am Hut gab. Was, ja, das Einzige, wofür ich es halt benutzt habe, ohne so richtig mich mit WorldEdit auskennen oder bevor ich mich so richtig gut mit WorldEdit ausgekannt habe. Nicht, dass ich das unfassbar krass tue. Aber wir brauchen so viel mehr, das ist der Hammer. Ich stelle mich jetzt schon mal an die Au. Ich stelle mich jetzt schon mal an die Farm. Folge ist eh lang genug. Ich habe das oft benutzt, wenn ich so große Flächen halt wegmachen muss. Dann bin ich einmal komplett in Creative runtergegangen, habe komplett alles vollgebastelt bis oben hin mit TNT, habe es angezündet und dann habe ich das ein paar Mal gemacht und dann war irgendwann die Fläche halt frei. Aber ja. effektiver ist es dann doch mit Dingens zu arbeiten. Wir müssen gar nicht hier unten hin. Ich bin ein Dussel. Wir müssen natürlich hier hoch. Äh. Das nicht reicht. Bam. Hier muss ich hin. So. Und von hier oben werde ich mich auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.